Das ist Grundlage. Das ist wie der Döner vom Saufen. Das ist Grundlage einfach. Kann man das nicht haben. Jetzt geht es um Minecraft. Ja, ne? Jetzt hier wieder die ganze Zeit Architekt spielen und dann gleich im Ranking einfach wieder alles vergessen. Wenn man Pinches spielt. Man muss im Rank Architekt spielen. Ja, der sowas macht, der ist komplett auf sich gefallen. Aber Top 10. Es geht ja nicht mal darum Top 10 zu sein. Was soll ich sagen? Im Rank jetzt. Die Rank Gegner würden das befürworten. Befürworten. Was bauen wir denn? Kanonen oder? Wo bist du denn? Den Second Top. Okay, ich bin genau unter dir. Ich habe kurz überlegt, ob ich das sage. Dann habe ich mir gedacht, hey Digga, das kümst das Ganze. Ja. Was? Aha. Wie erfahre ich das jetzt, was du machst, ohne dass es aufliegt? Also ich hätte halt eine Idee, was wir machen können. Kennst du? Ja. 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 Mit 100 Ideen. Ja. Nicht so ganz konkret. Ich kann es ja nicht sagen so richtig. Ich kann nicht richtig reden. Aber du kannst was rüberschießen und ich kann das halt salen. Aha. Ja. Aber jetzt nicht im Sinne von, du schießt mehrere kleine Sachen rüber, sondern was dickes. Okay, ich schieß was dickes. Was dickes, genau. Pins Mutter oder so. Okay. Ich weiß nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, sonst gibt er mir einen Stich irgendwann. Das glaube ich nicht, dass er das kann, aber ich würde ihn ungern verletzen. Das stimmt. Ist er ein lieber Junge. Den ist ein Lieben. Denn wenige Fins, die netter sind als er. True. Ich glaube, dass der Liebste bin, den ich kenne. Echt? Also ich kenne auch keinen anderen, aber... Ich glaube, bei mir ähnlich. Was? Ey, das soll erstmal niemanden aufhalten, muss man keinen anderen gehen. Nö, man muss die Erfolge auch feiern, wie man sie hat, ne? Genau. Gar nicht. Naja, Verfindnis hat ja schon einen Erfolg. Ein riesiger im Grunde. Ein riesiger. Das ist ein klasse. Gleich đang mit dem Herrn. Das ist ein klasse. Das ist ein Vorteil. Im Gegensatz zu sein. Gern? Warum? Das haben wir mit dazu gebaut. Einfach nur noch perfekt. Ich habe das Gefühl, dass das gleiche richtig reinschallern wird. Glaube ich auch. Kennen sie dieses Gefühl? Einfach so Werbung. Zwischen der Sportschau. Kennen sie dieses Gefühl? Das ist eine Unterstellung. Die Unterstellung ist ein journalistischer Trick. Diese dürfen in der freiheitlichen demokratischen Wurde auch noch nicht vorkommen. Sie hätten mich auch noch dafür fragen müssen. Jetzt frage ich mich, wer sind sie? Für wen arbeiten sie? Kommen sie her. Es ist eine ganze Kampagne, um mich zum Kauf eines Profes zu bewegen. Kennst du den zweiten Teil mit dem? Kann sein. Weiß er nicht. Der wurde noch mal. Der erstes war bekannter. Die Frage ist ja immer, hat er damit Unrecht? Was? Ich glaube nicht. Klappbar nicht. Die Überforderung, ne? Von dieser Frau. Das konnte ich richtig sehen, wie du sollm nachdenken, ja? Auf welcher Folie im Journalistikstudium Stand hat nochmal. Ja, genau so, ja. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist aber so ein Projekt für das erste Semester oder so. Donnerstag für den Follow. Die Haare sind absolut runter, ey. Das stimmt. Grund dafür. Ich hatte einen Fototermin an der Uni. Hast du jetzt was fettes? Du hast nichts gebaut, was fett ist. Hä? Da ist doch was, was fett ist. Das ist doch nicht fett, Junge. Du bist... Also wenn du fett bist, ist das auch fett. Hä? Du hast doch gar nichts um das. Hä? Hä? Was hab ich nicht, hä? Okay, ich hatte irgendwie die Annahme, dass du einen Magna baust. Ne. Das war ein journalistischer Trick. Ah, jetzt haben wir glaube ich ein bisschen aneinander vorbei journalistiert. Ah, aber jetzt kriegst du nicht, was ich machen wollte, oder? Ja, ja, ja. Hm, immerhin. Aber ist natürlich jetzt ein bisschen spät. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt frage ich mich, wer sind sie? Oh, ne. Da kommt ja kaum eine Snipe, Alter. Boah, Junge. Bau doch mal da das Holz an, wer da oben ist. Geht's nicht. Au. Naja, ich weiß. Fernschaden. Ja, ich weiß. was ist denn so ein unsinn mensch junge ist die ärgern mich im internet ich wollte schon sagen ich kann ja nicht tot sein der plasma das wäre richtig allein gewesen kann ich gucken ich kann nicht reden ich könnte was dagegen machen und das meine ich habe also ein bisschen shotgun gerät ich habe ein upgrade center da hat es ein dahin gerafft ja ohne upgrade sind dann wird vielleicht ein bisschen schwierig so gegen junge windows das der verbindet sich luka sehr gut ja da unten der ich muss einmal abgezähmt wer ist denn da unten nach der erwarte ich lege den ab ja das mache ich doch nicht normal ist es der witzig abgelenkt sein das habe ich gelernt aber der obere der macht druck schön ich habe jetzt ich habe ein shotgun gerät aber ich habe gar nicht hoch genug aber ich habe es muss aber zählen erzählen fehlen können ist wichtig nein ich habe keinen strom ich schieße zu früh oha achso das war der unteren ok Junge wird man gestorben jetzt nicht aber ich könnte doch 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 ich ich könnte auch sterben wenn es dem team nützt wenn es dem team nützt ne machen wir nicht so ich sage mal das licht außerhalb meines zustimmigkeitspreis das kommen wir schon wieder nicht ran ey meine fresse ist das alles nervig da müssen sie leider zum bürgerbüro wellen sonst habe ich vielleicht keinen platz für die kacke hier ich kann ich ihnen jetzt leider nicht helfen das sieht doch ganz gut kommt auf andere solche perspektive für uns ja jetzt müssen wir richtig druck machen ja also wenn man so ein laser kommt da garantiert nicht rein aber ich könnte ein sehr unangenehmes portal bauen was mich selber gilt ich sage immer warum eigentlich nicht what could go wrong oder? sei ehrlich nix supermine voila voila supermine oh mein ja ist ein bisschen hoch der kann noch hin ach und das zu niedrig ist ja klar ja schmerzen hohohoho so knapp das ist so knapp die besten wasser der welt ne aus, ja warte was ein durchschuss der druck ist da der druck ist gut Junge, was ist denn das hier? Die Winkel sind richtig komisch Ja, ist gut, ist gut, der Druck ist da, der hat wenig Die Winkel sind richtig komisch Oh, hast du es gehört? Ich habe es gehört Also ich bin gerade noch, ups, Waffen am adden Wichtige Waffen Oh, schade, ich wollte meine 6 Mörser noch aufs Feld bringen Waffe kann ich denn, grüß dich zum Schilderino, grüß dich Warum keine Doors vor die Portale? Wenn der Gegner so beschäftigt ist, dass der eh nicht schießen kann Und du wirst auch keinen Doors davor machen Er muss eh zwar mit Cyper schießen, damit er da was rein ist Kannst du das dann einfach ausmachen, ganz ehrlich Ja, und das Smile, der kann halt eh nix Das kommt da halt erschwerend hinzu Ja, und das ist das Ganze